Willkommen zu einer nächsten Folge Let's Play Minecraft zusammen mit Lennart so wir sind wieder bei wer bin ich und ich bin über 50 war das jetzt eben ja ich bin über 50 männlich er ist auch nehmen es zu einem Fall das ist auch männlich aber ob ich Prozent Schauspieler bin einer und der Schauspieler über 50 männlich bin ich Schauspieler nein wenn ich ein deutscher Schauspieler ja wenn ich Til Schweiger nein ich bin ich eine fiktive Person nein und wenn ich Autowalkes nein ich will keine Person ich bin auch kein Schauspieler nehmen ja okay ähm also ich bin auch nicht aus einem Videospiel einer Serie beziehungsweise ich könnte Schauspieler nicht Schauspieler bin ich Politiker Nein okay bin ich ähm Christoph Walz wenn du so die Namen so ich frage es nicht drauf kommen nein okay ich bin kein Politiker kein Schauspieler bin ich deutsch nein nein oh okay ähm spiele ich nur in deutschen Filmen mit ja 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 habe ich eine glatze aktuell Moment ich glaube nicht äh ja hast du und ich küsse doch mal ja warte 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 ich brauche ein aktuelles Foto das ist Problem warte oh Junge das ist das ist gerade äh ich verzwickt nein du hast keine glatze ja okay dann bist du ich würde sagen du hast eine halb glatze so ganz einfach ähm ich bin ich bin bin ich aus den USA ich bin ich aus dem USA und nicht aus Deutschland bin ich aus Europa Nein was woher komme ich Alter oh ich hab okay okay ja du bist gerade ne ähhm bin ich über 50 ja stimmt bin ich auch über 50 ne stimmt bin ich über 60 ja bin ich auch Schauspieler Ich glaube nicht Ich bin gerade Warte, warte, warte Da, warte Ich gucke mal ganz kurz Letzter Auftritt Ich glaube, du bist aktuell Kein Schauspieler Ich glaube nicht Okay, du bist Ich bin über 50 Nicht aus Europa und nicht aus den USA Vor allem, ich bin Ich bin auch kein Schauspieler Kein Politiker Und nicht fiktiv Habe ich irgendwas mit Gaming zu tun? Nein Komme ich aus Europa? Ah, ja, klar, ist Deutschland Ja, Deutschland liegt in Europa Ah, ich dachte, das wäre die ganze Welt Deutschlands Ähm Ja Ui Bin ich denn noch beruflich aktiv? Ne, ich glaube nicht Okay, ich wünsche, du bist Ähm Alter, woher komme ich denn? Komme ich aus Ozeanien? Nein Fuck Ähm Afrika? Habe ich in Krimis mitgespielt? Kann sein, dass so ein Krimi dabei war Aber ich glaube nicht Okay, du wirst Asien? Kommt ich aus Asien? Ja Okay Äh, Japan? Nein Okay Du dran Ähm Lust dran Lust dran Bin ich, äh Im jungen Alter berühmt schon geworden Also Nee Erst später, okay, gut Ja Ich weiß ja schon, weil ich in Asien bin Ich glaube, ich sollte es Äh Hm Ich glaube, ich sollte es erstmal rausfinden, was ich überhaupt mache Obwohl ich bin nicht beruflich geworden Also Ich bin bekannt Ja Weltweit? Ja Ich bin ja kein Schauspieler Habe ich irgendwas Historisches getan? Hm Hm Nein 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 Alter What the fuck Aber ich kenne den Okay Du wirst dran Ähm Ähm Äh Boah Sicher, dass ich den kenne Auf jeden Fall Hör Wirth Was kommt dir um das? War die Frau nackt Hör Nein Hör 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 Du wirst Okay Ähm Ey... Ey.... Ehh... Nix Historisches, Alter... Was bin ich? Oh, bin ich Sänger? Nein! Woher soll ich das denn wissen? Jaaah... ... Ey, wenn du nachher raus n Hostlackst du nicht weg... Also, ähm, bin ich aus Ostdeutschland, aus dem ehemaligen Osten? Boah, das weiß ich nicht. Warte, ich geh kurz runter, damit du mich hier runterschlägst. Ähm, lass es. Moment. Ostdeutschland. Ähm, warte, Bilder? Pff, ich sag jetzt einfach mal möglich, weiß ich echt nicht. Also, weiß ich nicht. Ähm, also ich bin nicht aus Bayern. Ich glaub nicht, ne. Ähm, bin ich unter 70? Nein. Okay, du bist. Ich bin, ähm... Ich bin kein Sänger. What the fuck bin ich? Wurde ich mich der bitte berühmt geworden? Hä? Wurde ich kann man denn noch berühmt? Bin ich irgendwie Spieleentwickler oder sowas? Nein. Ähm... Boah, pfff... Hä, wer hat denn mit über 70? Ich bin zu schön, keine Glatze. Ja, es gibt ja keine genauen aktuellen Fotos, aber er hat eine Halbglatze mit Glatze. Also, ne? Ja. Er hat so gut wie keine Ahnung auf dem Kopf. Ja, voll die Halbglatze, dann. Ähm... Ne, äh, nein, dann hat er halt links und rechts auch was, weißt du? So wie, so wie, nein. Ja, ich bin kein Info-Lehrer. Ja, zieh mich genau so. Ey, scheiße. Zieh mich genau so, ja? Äh, war ich... Habe ich bei den sieben Zwergen mitgespielt? Nein. Hahaha. Hahaha. Äh. Hä? Also, ich will kein Spielentwickler. Hä, was zum Fick bin ich? Hä, war ich schon mal im Gefängnis? Ja. Was?! Hahaha. Hä, was? Hahaha. Hä, willst du mich jetzt irgendwie verarschen? Nein! Woher weißt du, ob der Kollege schon mal im Gefängnis war? Ich weiß es. Weiß ich das auch? Ja. Was?! Hahaha. Ich stehe irgendwie immer noch im Gefängnis. Nein ich bin das ist kein Politiker hä? äh hat diese Person auch gesungen? okay du bist also keine Lieder oder sowas jetzt ähm was soll man sonst singen? ähm Hey, der kommt aus Asien. Der war im Gefängnis, jetzt nicht mehr. Der ist so weltweit bekannt. Männlich, kein Schauspieler, kein Sänger, kein Spielentwickler, nix dergleichen. Und über 50. Und über 50. Wer ist das? Alter, du willst mich doch hier verarschen. Nee. Was? Ich habe keinen blassen Schimmer. Du kannst auch noch das Alter weiter eingrenzen. Ist der unter 60? Nein. Ähm, ist diese Person unter 80? Ja. Hat diese Person für Fernsehsender gearbeitet? Äh, also, ja. Thomas Gottschalk? Nein. Oh Gott! Okay, das ist ja kein Schauspieler. Also, ich meine schon, dass der dafür gearbeitet hat, also. Ja, dann hast du. Ähm. Dann auf jeden Fall was für ein Fernsehsender produziert. So. Ähm. Ich bin, Alter, wer? Wer? Bin ich unter 80? Nein. Was? Du fühlst mich jetzt doch irgendwie verarscht. Oh, ich habe eine Frage noch nicht gestellt. Oh. Äh. Äh. Bin ich, ähm. Jemand, der viel raucht? Ich glaube nicht, nee. Du wüsst. Lebe ich noch? Nein. Boah, dass ich jetzt mal früher fragen sollen. Ja. Ich lebe nicht mehr. Bin ich schon über 100 Jahre tot? Ja. Was? Oh mein Gott! Weißt du's? Nein. Aber allein diese Frage, Alter. Äh. Licht angemacht. Ähm. Allein diese Frage, ey. Ich habe die ganze Zeit voll falsch. Wait. Ich komm's an. Über 100 Jahre. Bin ich? Bin ich über 200 Jahre tot? Ja. Über 500 Jahre? Ja. Über 2000 Jahre? Nein. Okay, gut. Wer ist schon über 2000 Jahre tot? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das jetzt Jesus oder so. Ähm. Also. Wenn ich Jesus bin, ne? Du bist dran. Ähm. Bin ich denn? Ich stelle mir gerade vor, dass Dieter Bohlen das macht, was seine Person macht, Alter. Alter. Er ist... Er ist überhaupt zu alt? Nein. Der hat auch Musik gemacht. Er ist bald. Stimmt. Moment, ja, er hat das von der Folge letztem Leben eingefacht, zusammen mit Lern, wenn es dir gefallen hat, dass du posten, wer du da und tschüss. Tschüss.